So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge täglich grüßt der Hundetrainer mal wieder bei uns aus dem Auto. Irgendwie ist mein Mikrofon krumm. Naja, egal, wird schon passen, wird schon passen. Wir wollen heute uns nochmal mit einem Thema beschäftigen, das Richtung Ernährung geht. Und zwar haben wir in einem der letzten Videos über zu kaltes Futter und die Auswirkungen gesprochen und ja, dass viele Hunde das nicht so gut vertragen und so weiter und so fort. Und in einem Kommentar ist darauf ein bisschen eingegangen worden und wurde eine Frage gestellt und um die soll es sich heute drehen. Die Frage war, vereinfacht formuliert und zusammengefasst, wie kann das eigentlich sein, dass unsere Hunde immer mehr Allergien aufweisen, immer mehr Unverträglichkeiten haben, dass sie immer kranker werden und so weiter und so fort. Ist das wirklich so? Kommt einem das nur so vor? Oder woran liegt das? Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Also, werden unsere Hunde immer kranker oder es hat Einbildung? Los geht's! Heißt das kranker oder kränker? Kränkeriger? Also, ja, man verzeiht mir meine Grammatik. Ja, gehen wir einfach mal auf das Fachliche ein. Also, es gibt jetzt verschiedene Punkte, die wir beleuchten müssen, um das aufklären zu können. Und um wirklich in Anführungsstrichen sagen zu können, okay, das ist wirklich so, es sind mehr Hunde krank als im Vergleich zu früher oder so, müsste man natürlich große Zahlen haben. Ja, die habe ich jetzt nicht. Aber es gibt Studien, die sich mit den Thematiken beschäftigt haben in der Vergangenheit. Die, die ich jetzt im Kopf habe, habe ich damals in meine Ausbildung reingeguckt. Das ist also jetzt schon gute zehn Jahre her. Das ist sicherlich nicht mehr die aktuellste, da gibt es sicherlich mehr. Ja, aber da sind mehrere Punkte aufgeführt worden. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass ich zumindest bei irgendwem auf der Internetseite oder auf Facebook einen guten Artikel darüber gelesen habe. Und es könnte der Dr. Rückert gewesen sein. Der Dr. Rückert aus Ulm hat eine sehr, sehr tolle Facebook- und Internetpräsenz, wo er ganz viel über solche gesundheitlichen Themen spricht. Verlinke ich euch unten. Kann ich wirklich nur empfehlen. Könnt ihr richtig viel lernen und ist gut geschrieben, gut gemacht, ohne dazu medizinisch zu werden oder das nicht ernst genug zu nehmen. Und sowohl dieser Artikel, den ich da im Kopf habe, als auch die Daten, die ich im Kopf habe, weisen auf verschiedene Punkte hin. Und die wollen wir jetzt mal beleuchten. So, jetzt habe ich meinen Kaffee. Jetzt kann es weitergehen. Also, sowohl in dem Artikel als auch in diesen Studien, die ich da jetzt im Kopf habe, sind mehrere Punkte genannt worden. Wir wollen uns heute einfach mal exemplarisch drei Dinge anschauen und ein bisschen genauer beleuchten, woran das liegen kann, dass man oder dass sich das vielleicht verändert hat. Sind Hunde mehr krank oder häufiger krank als früher oder woran ist das? Also, zuallererst einmal gibt es im Vergleich zu früher, womit man jetzt auch immer früher gleichsetzt, deutlich mehr Tiere und eine deutlich bessere Diagnostik. Also, klingt total blöd, aber in den 80er, 90er Jahren beim Hof- und Kettenhund irgendwo im tiefsten Bayern, wenn der krank war, dann war der im Zweifel nicht sofort beim Tierarzt. Die Erwartungshaltung und der Umgang damit heutzutage ist einfach anders. Also, wir stellen auf jeden Fall häufiger Krankheiten fest, weil die Menschen sich mehr mit der Thematik auseinandersetzen und häufiger beim Tierarzt sind. Und, weil es natürlich mehr Tiere gibt. Also, prozentual könnte es sein, dass die Schäferhunde heute genauso krank sind wie 1980. Weiß man nicht. Dazu kenne ich jetzt zumindest keine Daten. Es gibt sicherlich Daten, die man da heranziehen könnte, aber ich habe sie jetzt nicht bereit. Aber die bessere Diagnostik und der bessere Umgang oder der andere veränderte Umgang der Hundehalter mit der Thematik Hund und Krankheit ist auf jeden Fall ein Punkt. Und dazu kommen noch so Sachen wie Versicherungen. Und das ist, das gab es halt alles damals gar nicht. Also, es deutet schon darauf hin, dass einfach die Awareness dafür sich verändert hat. So, und wenn früher, sage ich jetzt mal, ein Schäferhund an Krebs gestorben ist, dann ist der an Krebs gestorben, weil er vielleicht irgendein Organ versagt hat. Und heutzutage wissen wir vorher schon, dass er Krebs hat, behandeln das vorher. Dann wird er ein bisschen älter. Aber er ist halt, in Anführungsstrichen, in der Statistik drin. Entweder in der geistigen Statistik für ihn selbst oder in einer tatsächlichen Statistik für einen Hund mit Krebs. Das war halt früher vielleicht nicht so. Also, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den es zu bedenken gilt. Den zweiten und den dritten Punkt sage ich euch, wenn ich von der Autobahn runter bin, weil es jetzt ein bisschen lauter wird. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und das will ich ein bisschen zusammenfassen, denn es sind eigentlich mehrere Punkte, aber wir fassen es einfach mal zusammen. Unter dem Griff Umwelteinflüsse und Ernährung. Es gibt, wie wir eben schon gesagt haben, mit Sicherheit mehr Hunde, als es damals noch der Fall war. Es gibt aber auch ein ganz anderes Leben, als es damals der Fall war. Man kann davon ausgehen, dass Dinge wie, weiß ich nicht, Raucherhaushalte, Hunde in der Innenstadt an stark befahrenen Straßen, dass diese Sachen, diese Umwelteinflüsse sicherlich nicht nur, in Anführungsstrichen, unsere Menschen beeinflussen. Wir alle haben Themen wie Feinstaub und weiß der Geier und nicht noch was noch immer im Kopf. Und auch das, auch die gesteigerten Umwelteinflüsse können natürlich für unsere Hunde, in Anführungsstrichen, ein verändertes Gesundheitsbild hervorrufen. Keine Frage. Wir packen jetzt dazu aber noch das Thema Ernährung. Und dazu gibt es, gibt es ganz viele, ich nenne es jetzt mal Anhaltspunkte oder Mutmaßungen. Man kann es nicht hundertprozentig sagen, mach ich mal in der Kamera. Anhaltspunkte oder Mutmaßungen. Und zwar, in den 80ern sind Hunde noch anders ernährt worden als heutzutage. Natürlich gab es da Hundefutter, natürlich gab es da auch schon Firmen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Aber das ist ein ganz anderes Level gewesen als heutzutage. Wenn ihr heute in einen Laden geht, also einen Tierbedarfsladen, dann sind da 40 verschiedene Hundefutter-Varianten. Und von klein bis groß, dick bis dünn, hell bis dunkel, Pudelfutter, da gibt es alles. Und man kann sich mal zurückerinnern an das Thema Purina. Ich habe mal ein Video zum Thema Nestle Hundefutter oder Purina Hundefutter gemacht, die verlinke ich euch unten. Schon ein bisschen älter. Aber da bin ich darauf eingegangen. Durch die Tatsache, dass es vermehrt Hunde gibt und das ist mittlerweile ein richtig riesengroßer Wirtschaftszweig. Also der Haustiermarkt ist in Deutschland, glaube ich, 4 oder 5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Also wir reden richtig von richtig viel Geld. Und ein Großteil davon geht an Hunde. Und das wissen natürlich auch die Firmen. Und da wurde dann immer getrickst und gemacht und getan. Und dann ging es dann noch um mehr Geld zu verdienen. Und bei Purina zum Beispiel ist es dann so weit gegangen, dass die Frostschutzmittel, also nicht das in Anführungsstrichen zugelassene Frostschutzmittel, sondern dass die entsprechende Frostschutzmittel in das Futter gepumpt haben, um noch mehr Geld zu sparen und dadurch die Hunde reihenweise krank geworden sind und gestorben sind. Also es gibt Zusammenhänge zwischen der modernen Ernährung und der gesteigerten Krankheitsbildung in gewissen Bereichen bei Hunden. Zumindest deutet sehr viel darauf hin. Das kann ich jetzt sagen, ich habe die alles nicht mehr da, aber Purina, Skandal, Hundefütter könnt ihr googeln, findet ihr. Und dann werdet ihr erschrocken sein, was da passiert ist. Das ist in Deutschland gar nicht angekommen. Oder guckt mal ein altes Video dazu. Also halten wir fest, gesteigerte oder veränderte Umwelteinflüsse und moderne Hundeernährung haben mit aller Wahrscheinlichkeit einen negativen Effekt auf die Gesundheit unserer Hunde. Oder können das zumindest haben. Muss ja nicht jedes Mal der Fall sein. Kann sein, dass euer Hund unfassbar gesund ist mit dem billigen Aldi-Futter. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, nicht, dass Aldi-Futter schlecht wäre. Das meine ich damit nicht. Aber ihr versteht, worauf ihn ausfällt. Also das ist der zweite Punkt, Umwelteinflüsse und Ernährung. Und da gibt es wirklich Korrelationen, da gibt es Studien dazu, die darauf hinweisen, dass das moderne Hundefutter schlechter ist, dadurch zu Krankheiten führen kann und so weiter und so fort. Und die Gesundheitsversorgung, das hatten wir ja schon. Nicht nur, dass Dinge auch auffallen, sondern auch die Ernährung ist auf der anderen Seite hochwertiger. Zusammen mit der verbesserten Gesundheitsversorgung. Das führt natürlich dazu, dass Hunde auch einfach schlicht älter werden im Schnitt. Und dadurch fallen natürlich auch wieder mehr Krankheiten auf. Also die ersten beiden Punkte halten wir fest, sind sehr wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass einem mehr Krankheiten unterkommen. Sagen wir es mal so einfach. So, und jetzt kommt der dritte Punkt. Und da ist es kein höchstwahrscheinlich. Das ist Fakt. Die moderne Hundezucht ist ein unfassbarer Sündenpool, was die Gesundheit für unsere Hunde angeht. Das ist die Hölle schlechthin. Und da gibt es tausend und aber tausende Studien dazu, die das belegen, dass zum Beispiel Hunde mit einem großen Anteil weiß vermehrt anfällig für Taubheit und Blindheit sind. Dass weiße Hunderassen viel anfälliger sind für gewisse Magenproblematiken oder Unverträglichkeiten und Allergien. Dass Hunderassen mit sehr viel Fellfalten dazu neigen, Hautprobleme zu bekommen und so weiter und so fort. Die moderne Zucht ist ein riesengroßes Problem, denn da kommt der größte Teil der gesundheitlichen Probleme her. Schaut euch mal Bilder an vom deutschen Schäferhund rund um den Zweiten Weltkrieg. Also das ist noch nicht so lange her, wie die damals aussehen und wie die jetzt aussehen. Die moderne Zucht, wo es nur um Show und um Tralala geht, das war jetzt vor einigen Jahren extrem, ist ein großer, ja, hat eine große Auswirkung auf die Gesundheit der Hunde. Und jetzt gibt es in vielen Bereichen natürlich auch schon die Gegenbewegung. Zu sagen, okay, wir wollen wieder, dass die Rasse gesünder wird, der Mops wird wieder versucht mit Nase zu züchten, der Schäferhund wird hinten wieder höher oder was, der Geier nicht was, ist ja egal. Es gibt die Versuche, dieses wieder gesund zu machen. Aber das ist etwas, das sich über Generationen, über etliche Generationen erst ausschleicht. Und das bedingt natürlich auch, dass alle mitziehen. Und das tun leider alle nicht. Denn mit so einem süßen Chihuahua oder Mops mit möglichst runden Kopf- und Kindchenschema verdienst du einfaches Geld. Die werden halt im Hinterhof irgendwo, in Anführungsstrichen, verpaart, bis die Mutter kollabiert bei der Geburt. Und dann werden die Welpen verschachert. Und dieser, 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 ich nenne, das ist jetzt nicht richtig Zucht, aber nennen wir es mal Zucht und Vermehrung, den dritten Punkt. Aber auch dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig. Also moderne Zucht, wo es ausschließlich um Schönheitsideale ging, hat dafür gesorgt, dass viele Rassen krank sind. Und diese Vermehrung hat dafür gesorgt, dass viele Hunde krank sind und Rassen krank sind. Und das ist ein großes Problem. Also, um die Frage abschließend zu beantworten. Ja, höchstwahrscheinlich sind unsere Hunde nicht mehr so gesund wie vor 50 Jahren. Im Schnitt. Was halt an vielen Dingen liegt. Die werden älter, die Versorgung ist besser, man findet mehr Fehler, das hat man alles. Also Fehler, man findet mehr Krankheiten, das hat man alles. Aber Zucht, Umweltbedingungen, Ernährung, das sind Themen, die einen Organismus krank machen. Ganz schlimm krank machen können. Und höchstwahrscheinlich ist das der Fall. Also, ich versuche, ich versuche die beiden, hey, die beiden Dinge, die ich angesprochen habe, die Studie und den Artikel vom Dr. Rückert, mal so ein bisschen zu verlinken. Ach, da guck mal hier zum Beispiel, da sehen wir es gerade. Da vorne läuft eine Hündin, die ist bestimmt 100, ey. Ach, kriege ich so schnell nicht mehr hin. Scheiße. Sieht man die noch? Weglaufen? Nee. Das war ein uralter Hund. Also, die kann kaum noch die Füße voreinander setzen. Mager, Spargeldürre. Es ist halt, ja, es ist ein alter Hund. Also, will man den Leuten ja auch nicht nehmen. Also, die sollen ja noch so viel Zeit mit ihrem Hund verbringen können, wie sie wollen. Aber das wäre es, damals wäre der Hund niemals so alt geworden. Also, der Hund von meinem Opa hat den Großteil im Hof gelebt und auf die Hühner und alles aufgepasst. Ja, oder auf den Hof aufgepasst. Klar, wenn der viel in Wind und Wetter ist und nicht so gut versorgt ist, hätte er es vielleicht vorher schon nicht geschafft. Und dann wären vielleicht zwei Krankheit weniger aufgetreten. Oder, oder, oder. Ja, ich stelle das vor allem bei vielen Hunderassen fest, dass die nicht gesünder werden, sondern dass es schlimmer wird. Also, die letzte Hunderasse, die mir so richtig schlimm aufgefallen ist in den letzten Jahren, war der Hoferwart. Da kommt auch bald ein Rassecheck dazu, wenn ich das jetzt hoffentlich alles schaffe, was ich vorhabe. Also, so hart das klingt, aber ich hatte zwei Hoferwart-Welpen, die eingeschläfert werden mussten. Und das ist echt ungewöhnlich, also für Welpen. Und das war in kürzester Zeit von unterschiedlichen Züchtern, bei unterschiedlichen Besitzern. Ist auch nicht mehr die gesundeste Rasse. War mal ein ultra-robuster, gesunder Hund. Und so ist halt einfach das Schindluder, das mit dem Tier an sich betrieben wird. Weil für viele das Tier an sich einfach nur noch eine Geldmaschine ist. Weil man es gewinnbringend verkaufen kann. Weil man möglichst günstig Futter produzieren kann, um den damit vollzustopfen. Oder, oder, oder. Und genau das sind die Punkte, warum Hunde oder Tiere generell wahrscheinlich in manchen Bereichen nicht mehr so gesund sind. Geld regiert die Welt, sagt man. Ich finde es traurig, dass man das auf dem Rücken der Tiere austrägt. Egal, ob das ist, den Wald abzuholzen und den Orang-Utans oder Koalas ihre Lebensgrundlage zu nehmen. Oder aber, wie ein großer, namhafter Konzern, das Hundefutter mit billigsten Frostschutzmittel zu punchen, damit man pro Kilo drei Cent mehr verdient. Klingt nach nichts, aber wenn du Millionen Kilo im Monat verkaufst, dann wird da richtig schnell viel Geld draus. Ich hoffe, das erklärt die Frage. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Dürft gerne abonnieren. Dürft gerne ein Like da lassen. Und, wenn ihr zu dem Thema Erfahrungen habt, ne, rund mehr krank als früher und so weiter und so fort, dann kommentiert doch mal. Würde mich interessieren, was ihr sagt. Tschüss. 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 Tschüss.